Kennen Sie YouTube? Was ist ein YouTube? Ein Videoportal, da werden Sie sehr staunen. Okay, ich werde staunen. Wow, das war ja cool. Gibt es da noch mehr Videos auf diesem YouTube? Also, ich bin total begeistert von diesem YouTube. Ja, natürlich sind Sie das. Ich will auch YouTube-Videos machen. Ich zahle auch dafür, damit ich Videos machen kann. Das ist alles, was ich habe. Wo ist die Videokamera? Wow, endlich kann ich YouTube-Videos drehen. Ich kann verfilmen, was ich möchte. Sein erstes YouTube-Videos ist da. Sein erstes YouTube-Video ist da. Er dreht Videos, oh yeah. Nein, danke. Ich will doch keine Videos machen. Kann ich das Ding zurückgeben und kriege ich mein Geld dafür zurück, bitte? Du bist so ein Penner. Ich habe dir dieses Video finanziert. Und so trittst du mir in den Popo. Ich geh jetzt. Nein, bitte verlass mich nicht. Nein, bitte verlass mich nicht. Diesmal mal zu beden, aber richtig? Nein, es gibt was da und sp yes. Weil ich das Video hire durchfühlen. Ich tue das Video ab, ich muss da werfen uns vor. Es gehtda Dены Angelegenheit. Und dann noch an den Look auch.... Wenn ich Redo skinne.